Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Ghost Recon Whitelands. An meinen Seiten sind die Navoka, der Eno und der Vanva. So und wir versuchen es heute noch mal mit der Predator Mission, also zumindest das Ende von der Predator Mission. Ich weiß nicht, ob wir den Anfang da vorgeschnitten haben, keine Ahnung, ist mir auch egal. Auf jeden Fall, wir versuchen es jetzt und wenn wir es nicht schaffen, dann gehen wir einfach weiter ohne ihn zu machen. Ist mir jetzt auch egal. Und wir geben Kassalla heute. Käse? Kassalla. Und wir versuchen es ein bisschen rp mäßig nicht ganz zu übertreiben jetzt, weil es halt strategisch sein muss. Was? Weiter. Eno wollte noch kurz was gucken, deswegen einmal kurz anhalten. Aber immerhin hat es direkt funktioniert. Alle sind sofort stehen geblieben. Am Befehlsturm. Oh, wir sind schon im Gebiet. Na ja, wir müssen ins Zentrum. Dann ist das abgetaucht. Ja, die Musik muss ja erstmal kommen. Wieder zu den Felsen. Ah, so viel zu der Musik. Da beim Munitionsding. Töte es! Hier ist ein großer Felsen. Ja, das ist doch schön. Hier ist gut. Sollen wir zusammen? Ja. Ja, den würde ich nehmen Dyser schon. Ich bin jetzt nicht gesehen. Auch nicht. Wollen wir mal sowas definieren? Der Felsen ist vorne. Dass man so weiß, er ist vorne, er ist links, er ist rechts. Er ist jetzt hinter uns. Hab ich ihn. Sehr schön. Der hat sich bei mir noch nicht enttarnt. Hinter die Bäume. Bei mir war es. Ja, hinter diesen zwei Mammutbäumen, was auch immer das ist. Der hat sich wieder getarnt. Mist. Er steht direkt bei uns. Ja. Halleluja. Da war ich etwas zu langsam. Ja, getroffen ist getroffen. Ja. Ich glaube, wir geben denen mal richtig Gewürzkäse gerade. Das ist immer noch zur selbe Stelle unter dem Felsen. Jetzt ist er wieder weg. Wir werden wie so aufgeschreckte Hühnchen langlaufen. Oh, jetzt steht der auch nicht. Ich glaube ich. Ist das schön? Jetzt läuft er irgendwo hinter uns. Ja, verdammt. Nein, habe ich nicht gesehen. Ich muss nachwarten. Ich habe hier ein Visier. Negativ. Kein Treffer. Oh. An Visierung. Hab ihn. Ich glaube, ich habe, oh Gott, ich habe glaube ich ein Narbo getötet. Nein, mir geht es gut. Ah ne, das war unser Schüsse. Entschuldigung. Ähm, das ist ganz schlecht. Ich weiß nicht was du hast, also da steht bei mir keiner. Ich habe mehr als einmal gerade getroffen. Ja. Kann ich bestätigen. Oh. Hinter uns. Kann der Helik bitte kommen, der da über uns ist zur Unterstützung? Bezweifle ich. Du schießt dann eher auf uns als auf den Gegner. Oh Gott, hinter uns. Mist. Daneben. Hab ihn. Gut. Aber die Musik entspannt sich. Ja, hat das was mit dem Gesundheitsstand zu tun? Nein. Ähm. Ja, hinter den Mammutbäumen. Aber da kann wieder woanders auskommen. Dicken Treffer gegeben. Ja, hat er geschmeckt? Den Gott. Ja, jetzt war er wieder getroffen, wenn ich getroffen habe. Ja, er ist schnell weg. Oh, Furs. Aber wenn der so nahe ist, macht der glaube ich nicht seinen Angriff. Nein, aber dann geht er in den Nahkampf. Na ja, gut. Ist dann natürlich auch schlecht. Das war ein Treffer. Hm. Hinterbar, ja. Ja, da kann ich ihn nicht sehen. Na komm, zeig's. Oh nein. Treffer. Ich hab auch getroffen, aber bei mir spritzte kein Blut. Oh. Äh, hinter uns. Ich glaube ich hab nen Treffer gemacht. Treffer. Kein Treffer. Ist das echt? Ne, das ist per Woll gewaschen. Ne, das ist wohl nicht neu. Mal Rente. Rechts zur Seite bei dem Feld. Ja, ja, ja. Ja, hab ich gesehen. Stetiger. So durfte er oben gleich auftauchen. Oh, fuck ja. Ja, nein. Doch, er hat mich. Da ist ne Scheiße. Und da bist du wieder. Äh. Oh. Liegt jemand? Ja. Ja, einer liegt. Das ist heilen. Muss einfach schneller gehen. Alles gut. Danke. Und jetzt. Wieder bei dem Felsen rechts. Er rennt jetzt wieder zu den Bammutbäumen. Ich muss alle meine Waffen nachladen. Das ist nicht Deckung. Ist das echt? Okay, du hast ja gerade gute Zeit dafür. So, bin bereit. Oh, Vorsicht. Er zieht irgendwas an. Ich stehe jetzt. Bin getroffen. Schauschütze ist da. Hab ihn. Gepennen. Okay. Er ist an einem Stein. Okay. Schauschütze wäre ja am Leben. So, danke. Schauschütze. Liegt irgendeine? Nein. Alle da. Wow. Jetzt liege ich. Vorsicht. Ich lege so hinter euch. Ich glaube, wie du wandern. Okay. Komm. Ich habe auch keine Sicht. Danke. Vorsicht. Oh, ich werde direkt anbieten. Ich fange mich. Ich fange erst ein. Er ist jetzt nicht weg. Na, warte. Schauschütze. Oh Gott, ich werde. Jetzt lege ich auch. Na, wo? Geht der Gung. Ach man. Kann ich nicht. Okay, aber die Stelle war schon mal schlecht. Ich habe nicht gemerkt, wo die war. Hm. Das waren die Felsen. Das ist normal. Weil die Ecke ist wirklich nicht schlecht. Nur das Problem war jetzt gerade, dass er uns zwei erwischt hat. Obwohl er eigentlich nur einen hätte erwischen können. Weil mich hätte er gar nicht getroffen. Ja, dass wir den zwei Treffern gleichzeitig ist immer so ein kritischer Punkt. Ja, weil er hat mich nicht erwischt. Das ging gar nicht. Zweimal hat er mich gar nicht erwischt. Er hat einmal gegen den Baum geschossen. Ich bin tot umgefallen. Und dann gerade mit Endo. Ich bin tot umgefallen. Obwohl ich Kilometer weit weg war. Wenn wir die Straße finden, von der wir gekommen sind. Dann könnten wir auch glaube ich den gleichen Punkt wieder finden. Die ist links von uns. Die ist links von uns. Ja, wenn du die Karte aufmachst, siehst du ja da den gelben Strich da. Da ist die Straße von der wir gekommen sind. So in die Richtung, ja. Ja, so schräg links hinter uns. Ich glaube auch. So in die Richtung, ja. Die zwei rennen schon richtig. Wo ist denn der Punkt? Diese zwei Bäume waren halt auch sehr markant. Hier vorne ist das Bambus. Oder? Ja, das hier müsste der Stein sein, oder? Das ist hier links. Ne, da war irgendwo. Ne, das ist ein anderer Stein. Ne, das ist ein anderer. Seid ihr jetzt einfach schon reingekommen? Ne, wir sind doch gar nicht rein. Ach ne, wir sind doch noch vor dem Gebiet. Achso. Ne, ich komme jetzt genau von der Straße aus drauf zugelaufen. Ja, in der Stelle sind wir halt auch. Ungefähr in die Richtung, oder? Brem mich weg, wann wir. Na, aber kommt jetzt gleich hier vorbei. Ich bin ja hier. Auf den Steinen seid ihr eben draufgeklettert. Genau. Das heißt, hier weiter genau in die Richtung, wo ich gucke. Ich meine auch und dann diesen Lian da links vorne. Dann muss es da sein. Achtet ein bisschen, dass wir vielleicht den ersten Schuss direkt setzen können, wenn er da hinten auftaucht. Ich muss erst mal gucken, wo das ist. Ja, erst mal gucken, wo das war. Ja, hier. Ah, da ist die Munitionskiste. Oh, der ist doch schon gesessen. Da war schon wieder weg. Ah, hier ist es. Hier sind wir. Ja. Gleicher Ort, gleiche Stelle. Ja, gut. Hinter dem Felsen, Mammutbäume. Mammutbäume sind das links da, ne? Die linksten Doppelbäume sind die Mammutbäume. Ja, gut. Alles klar. Felsen sind rechts. Die Klippen. Hab ich. Ja. Gehittet. Ja. Gehittet. Ja. Ah, zwischen den Mammutbäumen. Ja. Da flüstert er. Erzählt auf jemanden. Vorsicht. Hat jemand getroffen? Ne. Ja. Ja. Er ist gehittet. Wow. Das ging knapp vorbei. Ich seh doch alle. Hinter dem Mammutbäumen. Links. Ja. Ich glaube jetzt kriegt er richtig Kassadegarten von uns. Wir müssen halt wirklich jedes Mal wenn er auftaucht müssen wir treffen. Ja. Der rechts direkt neben uns. Aua. Nicht auf mich schießen. Der läuft immer noch da. Steiner, Felsen, Felsen, Felsen. Ja, ich sehs. Ich sehs. Sehs. Verfehlt. Zieht auf jemanden. Ist der jemand down? Nein. Ne. Er hat mich. Ich hab ihn. Ich seh ihn nicht. Kann ihn nicht treffen. Ich will auch nicht so weit weg von der Stelle. Immer dann, wenn der da steht, bitte hoch zu den Bäumen laufen und euch dahinter verstecken. Zu den Mammutbäumen oder was ist denn drei? Egal. Zwischen Mammutbäumen und drei Bäumen hochlaufen. Ok. Ehhh. Wo ist der denn jetzt? Ich hab noch nichts gesehen. Oh, jetzt seht mich raus. Wohin ich... Ja, hinten beim Bambus. Ja, schon wieder rechts. Ja, jetzt steht er links hinten uns. Oh, haha. Felsen. Rechts, ja. Felsen. Felsen, ja. Felsen, ja. wo er hin rennt das ist immer so ne sache das wird bei uns berechnet so wo ist er? links von uns machen wir uns wieder weg felsen? felsen? ich bin down shit bin getroffen ich stand aber hinter felsen ich hab jetzt nicht verstanden ich stand noch vor dir und wurde nicht getroffen ja das verstehe ich ja auch nicht das hat aber gedauert das war eng also da war es will ich wenigstens noch nicht mehr haben direkt links bei den Mammutneuen denkt bitte daran dass derjenige der wiederbelebt wurde im Schuss tanken kann das ist unterbaut für ein paar Sekunden stimmt bitte daran denken weil so können wir halt noch ein bisschen Rettung reinschmeißen da war ich bei den felsen oben da war ich bei den felsen oben wir müssen jetzt ungefähr die hälfte haben ja jetzt zieht jemand an ist jemand down? nein negativ ähm meine bäume ab ihn nicht gewusst hab ihn jetzt wärs down ja aber es ist ein ja aber schon äh ich wurde durch den stein aufgekossen hab ihn weg 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 ja boah vorsichtig wir sagen wir es jetzt höh jetzt hat er mich erwischt aber nein er steht immer noch da verdammter Wichser er kommt auf euch zugelaufen und wirft was äh wer lebt denn noch außer mir er ist zwischen mir vor allem wir legen alle relativ leben und an was wäre es jetzt gewesen was wäre es jetzt gewesen der war es das wäre es gewesen mann wann war wie der war es das wäre es gewesen was das wäre es gewesen wenn du ihn jetzt getroffen hättest wäre es ja wenig gewesen ach so oh aber das mit dem wandern hat er sonst auch immer schon ab der hälfte gemacht ne das macht er zum schluss der kommt auf einen zu marschiert wirft diskus und macht einen finalen angriff zum schluss er geht aber mit den klingen rein und versucht halt jemanden zu erwischen und genau bei dem auch den augenblick kannst du ihn töten und dann macht das piep 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 und bumm und wir dürfen alle rein aber die strategie war schon mal sehr gut wir sind ja sehr weit gekommen also ich würde sagen einmal noch genau so okay dann erstmal erstmal die stelle finden also wir haben erstmal wir haben gerade mal 14 minuten runter ja 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 ich such den punkt von der straße und mach ja ich geh mit dem abo mit da habe ich habe geparkt beim bambus ja das war der bambus dann sind wir hier rein das war der falsche stein rechts da wo die beiden jetzt sind ja ne das sieht hier irgendwie anders aus und auch die richtung darauf antworten wo du schaust ne nicht falsche richtung hier lang geht's war das der felsen wo wir drüber geklettert sind? ne ne dann noch nicht mal im gebiet sprinten ne so weit links waren wir nicht ne vielleicht sollten wir uns einfach das diesmal die koordinaten aufschreiben ne das war da auch nicht hier über den hügel müsste es sein wenn ich mich nicht täusche ne wir haben relativ frontal hier ist der stein hier ist der stein gar keine Erfahrung negativ also ungefähr zwei uhr in dem auch führten bereich ja das ist ja das ist ja das ist eine gute angabe jetzt hat er schon wieder geflüstert das macht er nicht permanent bei mir hat das er ist jetzt zum zweiten mal überhaupt gemacht hinter uns mal mit weiner wahrscheinlich auch kraft oder nicht hinter uns links negativ noch einzig kontakt gehabt das wieder weg was nachladen direkt hinter uns der war mir zu nah jetzt ist wieder heller ist erzieht auf jemanden hat mich voller kopftreffer gut nicht getroffen nachher voller kopftreffer er läuft da vorne um wieder bei den felsen ja schlott noch recht der wampftreffer hinter dem felsen reintrechnung felsen naja reintrechnung felsen ja eine volle tannung geht mir aber tierisch auf den sinken das ist schrecklich zwischen uns erzählt auf mich muss nachladen direkt hinter uns bäume wir sind ein bisschen zu aufgeregt wir verziehen etwas wieder beim bambus ja deswegen konzentriert euch und bleibt ruhig sagst du so einfach erzählt auf uns hinter uns ganz schlechte nicht jemand da wird er voll bei uns rein gelöst dachte ich der hat doch nicht geschossen bei uns am feld auf mich gezielt gehabt aber ich habe mich in einem stein versteckt positive musik hinter uns direkte dauer ich liege der hat doch nicht geschossen der hat direkt nahkopf schutz gemacht danke 3er bäume 3er bäume 3er bäume der stadt genau zwischen uns ich habe den beiden 3er bäume gesehen das ist nicht auf was du da schießt das ist eine pflanze nein der wahre äh nein negativ nicht mehr ziert auf uns ziert auf uns 3er bäume ich habe mich ein bisschen perforiert er rennt er rennt er rennt felsen auch scheiße ich muss alles nachladen ich habe keinen sichtkontakt ich habe keinen sichtkontakt ich habe keinen sichtkontakt ziert erinnert die wohlfeuern kein treffer treffer ich muss nachladen jemand getroffen wo legst du äh da wo enno gerade stand ähm vorsichtig zähl äh wo ich übernehme ich übernehme das waren wir da zwei treffer komm komm dein blöd gerade blöd geblockt ich sehe jetzt noch keinen sieht gut aus wo liegen die anderen äh 3er bäume hinter euch direkt ihr wisst nein ich renne ihr wisst anvisiert ja ich sollte nichts machen also dass man beim heilen doch abgeknallt werden kann ist doch auch ein bisschen mies ja ich fand es gerade auch assi ich hatte eigentlich noch die unverwundbarkeit aus dem wiederbeleben und wurde trotzdem aus dem heilen rausgeholt obwohl ich eigentlich einfach wegdenke du kriegst kein damage naja das zählt aber dann nicht ok rekapitulieren was haben wir falsch gemacht eigentlich nix ne wir standen ein bisschen zu dicht beieinander und das war wieder alle haben sich auf die am boden liegenden gestürzt da wieder ein bisschen mehr gucken ok also die rangenfolge wann war navo endo reaper ich würde sagen so wie wir gespawnt sind einfach gerade auslaufen moment das war vier uhr ne zwei uhr etwa zwei uhr meine ich ja zwei uhr also vielleicht noch leicht links wenn wir spawnen bei dem b so warte mal vielleicht etwas darüber aber ungefähr die position ja ja ne ja ok ich kann den stein sehen was ach cool das hier ist die stelle wo ich den solo gemacht habe hier ich bin dran vorbei warte ich kann keinen stein seh ich doch tatsache ja hier hier unten wenigstens die die lichter hätte ich jetzt wieder ordentlich mhm sind noch ein bisschen zu hoch so ist gut oh mein nase kratzt bambus 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 hoder stamina bambus 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 ohne aber das andere ist nur unnötige munitions und zeitverschwendung ich weiß wie schwierig es ist Das ist mir durchschautsbebrot. Oh, hinter den großen Bäumen. Hab'n Kopftreffer gesetzt. Also. Wenn er grün Schleim macht, ne? Oder? Ja. Du triffst dann auch halt im Body. Kannst halt auch treffen. Muss nachladen. Er steht immer noch bei den Felsen. Er bewegt sich nicht. Ok. Ich konnte 3-4 Treffer setzen, weil er sich nicht bewegt hat. Sehr gut. Hinter den Dreierbäumen. Liegt wer? Nein. Treffer Kopfschluss. Gnade nach. Hinten. Links. Ich glaub' mein Gewehr ist kaputt. Ich treff' nix mehr. Besser laufschief. Es ist ne G36C. Mammelbäume liegt sie. Das ist nicht meine Seite. Ich benutze nur Dreierbäume und Felsen. Das ist meine Seite. Oh, wieder. Dreierbäume. Ja. Soweit kann ich nicht rausgehen. Ich hab' das Gefühl ich bin ein Lockvogel. Da war am Topf. Obwohl, dürfte Jakobel gewesen sein. Nachladen. Ich kann ihn nicht sehen. Wo ist er? Er hat zumindest geschrien, also hab' ich ihn geholfen. Na, komm. Heilige Maria. Ja. Turmgrabber. Ins Knie geschossen. Oh. Tug a bullet to the knee. Am besten wäre, wenn Wanwa zu meiner Seite mitguckt und Enno guckt zu Narvos Seite rüber. Bei mir? Am Felsen? Damit wir die beiden, also Halt 3 und Felsen. Das klappt aber. Damit ich einen für Nahkampf hier habe. Und den anderen für Fernkampf rüber. Ist das echt? Okay, Moment. What the fuck, ich liege. Okay. Äh, kann ich? Ja. Ich will ja auch nicht. Okay. Vorsicht, Vorsicht. Bambus. Ich wusste, dass das auch heißt, ich liege jetzt natürlich. Ja, jetzt. Ich hol dich. Dauber. Okay. Vorseite, vorseite. Vorseite, vorseite. Ich weiß nicht, wo er ist, aber... Ja. Jemand wird angesetzt. Bin ich wieder voll dabei. Ich glaube nicht. Granate fliegt. Ne. Okay. Ja, also ihr habt ihr Granate geworfen. Junge. Oh, er ist sauer. Ja, äh, Dreierbäume glaube ich. Negativ. Nein, er ist hinter dem Bambus. Hinter dem Bambus. Okay, ich liege. Ich hol den Bambuar. Und er ist wieder da. Ja. Steht der denn verdammt nochmal. Eieieieiei. Was ist denn mit dem falschen Bambus? Eieieiei. Ich weiß, glaube ich mittlerweile welchen gemeint. Ich bin wirklich ja fliegt da. Aber Markus ist die... Diese Granate an. Jetzt ist er sauer. Auf ihn. Aber... Okay. Kann aber bitte wieder auf anderen Positionen auftauchen. Wechsel zum Maschinengewehr. Positiv bin ich schon. Die ganze Zeit. Äh, direkt vor uns. Habt nur mehrere in die Brust gegeben. Ähm, anvisiert bin. Liegt bei den Dreierbäumen. Wo genau? Okay. Ja. Ich hol WANWAR. Okay? Ja. Es ist wieder da. Das war Knall. LECKUN DECKUN 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 DECKUN. Vorsicht! Oh ich hab die Hände in der SENCI makenublog. Wo liegt um? Ich, ich hol sie schon, ich bin gerade da. Vorsicht du wirst anvisiert. Okay ich steit. Okay ich stein. Muss nachladen. Vorsicht! Bambus! Ja, aber Treffer! Alle wieder am Leben, okay. Bambus! Ich bin getroffen! Ich kann auch nicht mehr so viel haben, ich werde amüsiert. Legt bei den Dreierbäumen direkt. Danke. Vorsicht! Mich hat er. Okay, ich komme gleich, wenn der Nabo macht. Ich helfe ihm. Okay. Moment, gib mir Deckung, Eno. Eno, gib mir Deckung, ich mach das. Okay, das ging jetzt schnell. Der dreht zum Ende nochmal so auf, das ist heftig. Wollen wir den Schwierigkeitsgrad drunter schrauben? Können wir machen. Also auch für die Zuschauer, ihr habt gesehen, wir versuchen es auf normal. Wir werden jetzt allesamt die Schwierigkeitsstufe auf leicht stellen. Ist nur ein Vorschlag, musst du ja nicht eingehen. Nein, es ist einfacher, viel viel einfacher. Das müssen wir aber alle machen, weil es wird sonst nicht richtig eingestellt. Ne, ne, Schwierigkeitsstufe darüber. Arcade, nicht leicht. Ja, Arcade halt. Damit wird es halt für ihn auch schwieriger, uns zu erfassen. Es ist aber trotzdem immer noch sauschwer. Ja, aber normal war ja für nicht leicht. Hm. Ich will gar nicht wissen, wie das auf den anderen fortgeschritteneren Modi ist. Hm. Also ich habe auf YouTube tatsächlich ein Video gesehen, wo sie es auf, äh, welche war die Schwierigkeitsstufe? Echt? Ne, auf Fortgeschritten. Auf Extrem habe ich bisher tatsächlich noch keins gesehen. Ja, es gibt alles. Es gibt auch Leute, die schaffen Dark Souls No Damage Challenges. Von daher, ich weiß nicht, wie man das hinkriegt. Alter, das ist auch fortgeschritten, habe ich gesehen. Und, Alter, Alter, Fall da. Die sind im Sekundentakt umgefallen. Ah. Ich habe meine Meute verloren. Äh. Ich wollte keinen Treffer setzen, da war schon weg. Ach, wir sind hier schon. Hier ist der Fels. Sind bei der bekannten Position. Kannst du mit mir die Dreierbäume und den Felsen beboten? Ja, 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 das mache ich die ganze Zeit. Äh, können wir erst mal klären, wo wir sind? Weil ich bin nicht da, wo ihr seid. Am Felsen? Ja. Ähm, rechts und geradeaus. Rechts und geradeaus. Rechts und geradeaus. Heißt du jetzt, glaube ich, wann war? Ne. Ähm, jetzt etwa 90 Grad rechts. Ich werfe meine Granate, vielleicht siehst du die. Ne. Rechts zum Sturmgewehr. Granate fliegt. Dem das hier ist eigentlich. Na doch. Irgendwas habe ich zugegeben. Ja, ja, ja. Du hörst Explosion, oder? Kopfkrasser und Körperkrasser. Er ist direkt hinten beim Bambus. Schwächer Bambus. Echter oder Falscher? Echter. Ne, Falscher. Jetzt Echter. Jetzt Echter unten am Felsen. Er furiert am Felsen. Echter. Das war Narvor. Wollen wir mal, du musst halt bei mir mitten auf den Nahkampf achten, ne? Ja, ja. Narvor. Ich zähme down. Nein. Ne. Ok. Weil ich kann halt nicht von dem HTI schnell auf meinen Sturmgewehr umwechseln, das funktioniert nicht. Läufe zu den Felsen. Echter Bambus. Felsen. Wie seht mich an? Bambus. Ja, ich bin down bei den Dreierbäumen. Ich geh mich um die Mamba kümmern. Er ist wieder da. Auf Position. Vorsicht. Vorsicht. Na, Kampfball. Ja? Zweierbäume, ja. Oh, ja. Das ist Felsen. Felsen, ja. Keine Treppe. Klar, das ist eine Trauerberüchung, macht ihn durchlässig. Ja, ja. Nachladen. Ja, ja. Ja, ja. Kugelreflexion als durchlässig. Felsen. Ja. Getroffen, getroffen. Äh, Nahkampf direkt bei uns. Hilfe, ich hätte den auch mit dem Messer machen können. Nein, nicht. Ich hab ihn geötet, aber er startet auch direkt vor mir. Dreierbäume. Dreierbäume, ja. Keine positive Musik. Ja, das ist ein Felsen. Ja, ich seh ihn auf dem Felsen, der läuft auch rum. Läuft jetzt zum echten Mambus? Schmerz nach. Ist eigentlich die Frau, die gibt es in Wirklichkeit auch echt Notfall zu Mambus. Aber liege wieder bei den Dreierbäumen. Guck mal mich um die Wand war. Der war hier hinten bei uns. Dreierbäume. Dreierbäume. Ja. Oh. Der war ziemlich weit weg. Alle leben? Ja. Ja. Felsen. Felsen, ja. Hit am Felsen. Dreierbäume. Ungewöhnliche Position für ihn. Der hat nur einen auf dem Körper. Ist der gerade in die Knie gegangen oder ist der weg erschrocken? Ich glaube er ist in die Knie gegangen, sowieso. Ja. Er lebt aber noch bei den Zweierbäumen. Äh, echter Mambus. Das ist direkt. Äh, Zweier. Dreierbäume. 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 Ah ne doch. Puh, zum Glück. Habt gleich keine Muni mal fürs Sturmgewehr? Nur falls nachladen, damit riecht das Ding. Jaaaa. Du bist gut. Wir wissen wie's wollt. Da weg sich das als der Sniper. Hab keinen Sichtkontakt. Er war gerade Bambus. Ne? Ja. Dreierbäume. Das war ja. Immer noch. Da läuft er wo er eben war. Ja. Trefferbäume. Ja. Dreierbäume. Vorsicht. R3er. Kein Trefferbäume. Okay, ich hab keine Munition mehr. Ja, ich kümmere mich um Weeper. 2erbäume. Ich werde anvisiert. Mann überliebt. Ja. Ich kümmere mich. Da war eh keine Deckung. Ich hab ihn zwar getroffen, aber hat mich auch erwischt. Okay. Ich war doch fertig. Ja. Hier ist meine Deckung, Mann. Ja. Ja, mach den erstmal. Weg mit ihm. Der steht da immer noch. Jetzt geht der zu groß. Ja, gleich weg. Wirft mit Scheiße. Was? Dein Treffer. Kommt zu. Jetzt Treffer. Jetzt. Okay, wo liegt ihr da? Ja. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das belastend ist das. Lauf. Vorsicht. Ich weiß nicht, wo er ist. Das ist halt das Problem. Hinter der Kuppe. Vielleicht rechts, vielleicht rechts. Warte aus, Kilo. Nein. Oh Mann. Oh Mann. Oh Gott. Okay. Nicht vergessen, ihr könnt euch auch ducken und hinlegen. Also, es ist schwer, wenn man, also jetzt gerade zum Beispiel wäre glaube ich ducken schon genug gewesen, weil er über die Kuppe rüberschießen musste. Ich habe ihn aber getroffen und dann hat er mich halt trotzdem noch erschossen. Das war sehr komisch. Ich habe ihn auch getroffen, dann hat er mich anvisiert, dann habe ich nochmal geschossen und dann hat er sogar noch abgedrückt. Also von daher, manchmal frisst er auch, bevor er weg springt. Aber wir kommen ihm nahe. Ja. Also das Hauptproblem diesmal war, dass ich keine Money mehr in meiner Hauptwaffe hatte. Ach. Ich werde mal waffentechnisch umsteigen vom Scharfschützengewehr. Ja, ich mache mal auch das... Ich mache was ganz anderes. Ich mache das Scharfschützengewehr für ein Maschinengewehr weg. Ja, wie gesagt, wir brauchen einmal Close Combat, einmal Long Range Combat. Ich kann das mit dem Long Range alles komplett übernehmen. Das ist kein Ding. Nur da müsst ihr wirklich komplett in Deckung bleiben und mich währenddessen absichern. Ich habe keine Chance. Wenn er mich anvisiert, habe ich keine Chance zu zielen. Naja. Das geht nicht. Und ich übernehme halt auch nur Felsen und die Dreierbäume. Alles andere ist für mich komplett uninteressant. Da kümmere ich mich nicht drum. Wenn der da auftaucht, ist mir scheißegal. Da kann der rumhantieren. So viel er will, ist mir wurscht. Ich bin nur für die Felsen und für die Dreierbäume zuständig. Wenn ich zwei Sturmgewehr habe, teilen sie sich die Munition? Äh, ich glaube ja. Na toll. Warum hättest du mir nicht was anderes sagen können? Dann nimm doch mal LMG. Ich weiß es halt nicht. Ja, LMG ist mir zu ungenau. Da kann ich... Triff ich dir nix. Dann nimm MP und Sturmgewehr. Ja, das habe ich jetzt auch. Ich habe jetzt manchmal nicht sofort geschossen, weil ich dachte einer von euch, hat ihn besser im Visier mit den stärkeren Waffen. Soll ich trotzdem sofort schießen, obwohl ich die schwächere Waffe habe? Ja. Immer schießen. Okay. Immer sofort schießen. Hast du nicht auch das, äh... Lala, Lama, Tio, Yama? Ich kann damit nicht umgehen. Deswegen habe ich lieber eine Waffe mit der ich umgehen kann, und damit dann besser schieß. das teil ist auch so schon extrem unpräzise schnutzepiepe einfach drauf halten ich halte einfach nur in die richtung ja aber ich habe lieber eine waffe die schnell schießt so dass ich einmal rüber ziehen kann als dass ich eine waffe die einzelschusses wo ich einen daneben setzen dann erstmal eine minute brauchen nachzuladen beziehungsweise die nächste kugel drin weil damit kann ich erst recht nicht umgehen so der punkt müsste markiert sein ich habe mir gerade mal eben mein fadenkreuz ich bin soweit aber die pistole kann ja auch noch den schalldampf herunternehmen ein kleines blödsinnig aber warum freut man schon mal aus der hüfte wenn dann zieht man über die optik dann hopp das ist wahrscheinlich musik da ist immer die kiste das heißt wir sind da wir finden den ort immer besser felsen rechts bambus kein hit kein hit einmal an die schulter wechsel auf es gibt lecker schultersteak äh 2er kein hit einfach ich glaube wieder beim 2er höre ich schritte ne richtung bambus echter bambus echter bambus echter bambus 2er 3er was ist denn hier los äh direkt hinter uns das seid ihr dafür seid ihr zuständig ja läuft beim felsen bei bambus geht ein hit nachladen äh 3er hit freuen wir kein hit ich glaube ich habe ihn gemacht ein sichtkontakt äh ne doch direkt hinter uns negativ ich habe ihn erst nicht gesehen äh 2er 2er könnte sein dass ich mehr als einer war vorsicht wieder am 2er das war gerade gut 2er rennrichtung bambus echter echter kein treffer äh ist ein h gewesen bei mir gerade top treffer so beim 2er mhm äh 3er ja äh wie sieht mich an kein treffer laut noch 2er wenn er natürlich schreit dann kann man ihn schlechter am kopf treffen weil er den so nach hinten beugt das war einfach an den unterkiefer zielen ja doch nicht so einfach ich kann auch sagen eifer auf den linken augapfel aber das ist rennrichtung echter bambus nicht getroffen äh irgendwo 3er irgendwo 3er ich kann ihn auch nicht sehen negativ ich kann ihn ganz schlecht ich habe ihn Kopftreffer gegeben sauber äh jo wohl da laden körper laden nach kein kontakt bambus vorsicht ja Kopftreffer liegt jemand ich lieg genau macht er schon ja ich kann ihn nicht sehen ist jemand dauernd ja na wo ich kann ihn nicht sehen ist jemand dauernd ja na wo ich glaube 2er so wipa ich brauche deine gesamte deckung ist das echt kann ich zwischen uns ja du kamst ok vorsicht hinter dir um scheiße mann 2er 2er er läuft nur ja 2er das wird nix doch für die einschaltung aber das wird nix 3er ja ist ja negativ also wir liegen wenigstens alle aufeinander ich kann euch nicht holen ok ich war doch hinterm baum er ist dann hinter dir er ist hinter dir gerade aufgetaucht und hat aber direkt geschossen nicht mal richtig anvisiert das war frech ja aber ich sag jetzt erstmal wir machen hier einen cut rein und wir sehen uns wieder wenn wir ihn dann endgültig mal erledigt haben weil ich glaube in der aufnahme schaffen wir das nicht von daher sag ich mal innerhalb des ladescreens tschüss wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dann tschüss